Wir möchten euch heute ein bisschen von unserem Kinderhilfsprojekt zeigen. Mitten in Sao Paulo in Brasilien gibt es nun ein Ort von Hoffnung und Frieden. Unser Kinderhilfsprojekt Geliebtes Kind ist ein Ort des Lernens und der Freude. Die Kinder finden hier nicht nur Nahrung und Unterkunft, sondern auch Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten. Unser Ziel ist es, den Kindern in unserer Gemeinschaft eine sichere Umgebung zu bieten. Ein Ort, an dem jedes Kind die Chance hat, seine Träume zu verwirklichen, ungeachtet seiner Herkunft oder seines sozialen Status. Wir sind entschlossen, weiterhin ein Funke der Hoffnung zu sein, ein Licht im Leben derjenigen, die es am dringendsten benötigen. Unsere Reise mag erst begonnen haben, aber wir sind fest entschlossen, weiterhin für die Kinder unserer Gemeinschaft zu kämpfen und ihre Zukunft zu gestalten. Wenn sie wollen, können sie uns helfen, die Welt zu verbessern. Der Herr sprach zu seinen Jüngern, gebt ihr, ihnen zu essen. Nun liegt es an mir und an dir. Der Herr segne dich ganz reichlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017